Der Staudamm Lasst uns einen Staudamm bauen! Gute Idee! Guck mal, ein paar Ziegel! Und da ist ein Rohr! Hier ist ein guter Platz! Hier liegen noch mehr Ziegel! Fertig! Aber er ist nicht dicht! Vielleicht können wir den Ton aus den Wänden nehmen! Schön dicht, jetzt überall! Alles dicht! Ende! Der Wassersound-Effekt ist von Salami-Sound!